Wir haben es geschafft. Verstand hat über Ideologie gesiegt. AfD wirkt, denn ohne uns, ohne die geschlossene Ablehnung der AfD-Bundestagsfraktion, hätte der sogenannte Kompromissvorschlag mit der Impfpflicht ab 60 jetzt und der allgemeinen Impfpflicht später mit großer Wahrscheinlichkeit eine Mehrheit gehabt. Liebe Freunde, heute ist ein guter Tag für uns alle und ein guter Tag für Deutschland. Die Impfpflicht ist Gott sei Dank vom Tisch. Scholz und Lauterbach sind krachend gescheitert. Wir haben es geschafft. Verstand hat über Ideologie gesiegt. AfD wirkt, denn ohne uns, ohne die geschlossene Ablehnung der AfD-Bundestagsfraktion, hätte der sogenannte Kompromissvorschlag mit der Impfpflicht ab 60 jetzt und der allgemeinen Impfpflicht später mit großer Wahrscheinlichkeit eine Mehrheit gehabt. Die letzten Wochen waren sehr intensiv. Tausende Briefe und E-Mails besorgter Bürger haben uns erreicht. Wir wurden aufgefordert, ermahnt, gebeten und angefleht, diese wie ein Damoklesschwert drohende Impfpflicht mit allen uns möglichen Mitteln zu verhindern. Nun, wir haben geliefert, das Ziel wurde erreicht. Ich bin unendlich erleichtert und ich gestehe, selten habe ich mich nach einer Abstimmung so gut gefühlt. Als AfD haben wir geschlossen staatspolitische Verantwortung übernommen. Dieses Ergebnis sollte uns alle beflügeln, auch bei den anderen verhängnisvollen, ideologiegetriebenen Projekten der Altparteien wie der Energiewende oder der gewollten Massenmigration einen langen Atem zu bewahren. Für die Wahrheit lohnt es sich, immer zu kämpfen. Für die Regierung bedeutet der heutige Tag hingegen die denkbar größte Klatsche. Vielleicht ist es ja schon der Anfang vom Ende. Vielen Dank. Vielen Dank.